Jibio, meine Freunde, willkommen zurück zu Pokémon's Souling Challenge in den Farben Rot und Blau. Mit mir, dem Schlechtgelaunten und dem Gegehenen da drüben. Hä? Ich bin doch gar nicht am Gehen. Das kommt noch, man kennt das ja. Genau, danke Adam, danke, danke. Hallihallo Leute, ich bin auch wieder dabei und ich werde hier mal wieder gemobbt. Das ist echt gemein. Zurecht, so, jetzt wollen wir mal weitermachen hier. Ja, geht auf jeden Fall klar, wir machen mal weiter. Ich bin hier, oh, ich renne auch direkt in den Kampf. Hey Kleiner, lass uns kämpfen. Boah, der Biker hält sich für voll cool. Der hier auch, der hat gesagt, her mit deinen Moneten. Oh ne, das ist der mit fünf Smogons. Das ist ein Smogmog, boy. Ja und? Guck, das ist schon der erste G, ne, hab ich doch recht gehabt. Macht es nicht besser. Ja, ich hab keinen Kaffee, mein Kaffee ist schon leer. Das liegt lediglich daran. Von daher, bleibt mal schön auf dem Teppich hier, ne? Ja. Und ich versuch, meine schlechte Laune gerade mal so ein bisschen runterzuspielen. Wieso schlechte Laune? Ja, weil das mich mit den Folgen da gerade... Ach so, das. Ja, entspann dich. Gibt deutlich Schlimmeres als das. Glaub mir. Ja. Leute, wir schaffen es aber trotzdem nicht, bevor das Let's Play hier rauskommt, alle Folgen bereits im Kasten zu haben. Nein, aber wir haben ein gutes Stück. Also, das ist jetzt der... Jetzt nehmen wir gerade einen Tag vor Start des Projekts auf, ne? Richtig. Und das ist jetzt Folge 24. Also, wie ihr seht, werden es nicht schafft, das Projekt vorher abgedreht zu haben. Was auch nicht tragisch ist, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil ich eigentlich schon gerne mal die ersten Reaktionen wissen möchte. Ach, ne? Sollte es wirklich so massive Reaktionen geben und Kommentare und positive oder negatives Feedback, dann machen wir einen extra Vlog dazu. So, ich bin fertig. Ja, ich hab ja noch ein paar Trainer. Und uns ist ein Encounter verloren gegangen. Den habe ich jetzt durch einen speziellen YouTuber wiedergefunden. Das ist nämlich der Encounter in Azubia City Arena. Ja, damit haben wir in Azubia City auch einen Encounter, der übrigens nicht als Arena Encounter sitzt, sondern als allgemeine Azubia City Encounter, würde ich sagen. So, hier ist das Feld. Das heißt, wir wollten jetzt hier noch auf Route 14, wo der Schneider ja braucht, den habe ich mir jetzt geholt, noch den Encounter fangen. Und dann wollten wir eigentlich nach Prismania City und nach Azubia City, um dort die Encounter zu fangen. Und dann sind wir eigentlich so auf dem Stand, dass wir ein Radweg noch machen können. Oder wir gehen in die Safari-Zone und fangen dann auch nochmal drei bis vier Poker. Das wäre die andere Variante. Aber lass uns jetzt... Können wir auch machen, ja. So, ich gehe jetzt erstmal ins Gras. Auf Route 14. Dann sag mal an, was du da hast. Und es ist ein... Ein Selfie ist es. Ein Stern, du. Richtig. Ja, dann. Viel Spaß. Selfie. Du hast aber auch gerade einen Wasser-Pokémon-Lauf wieder, ne? Ja. Aber das sind auch die meiste Art, ne? Neben den Dormal-Pokémon. Ja, das stimmt hier in der ersten Generation schon. So, dann werfe ich doch gleich mal einen Superball. Pop. Knuddelhof. Das platt gefahrene Knuddelhof. Knuddelhof. Ähm. Ja, was hattest du für ein Problem mit Knuddelhof? Ja, Gesang, ne? Außer, dass du das Gesang einsetzt. Weil Pandora hat gerade gekrittet und das Knuddelhof ist so gut wie besiegt. Ja. Ne, das Tauboga meinte irgendwie tausendmal Sandwirbel zu machen. So, Sterndorf wurde gefangen. Wusstest du das nicht, dass bei Knuddelhof, bei Sandwirbel oder irgendwelchen Attacken die die Genauigkeit senken, die Genauigkeit von Gesang steigt? Mhm. So gefühlt ist das so, ne? So, Sterndorf braucht einen Namen. Ähm. Sterndorf braucht einen Namen. Da, 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 ähm. Uh, das ist jetzt schwierig. Ich sehe gerade. Könnte man nehmen. Dö, du, 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 du. Hm. Ich überlege gerade, ob mir irgendwas aus WoW einfällt, was da passen würde. Aber mir fällt gerade nichts ein. Ah. Was ist was denn den Sternen, du, Tharis? Tharis. Ach Gott, das Arme. Dann werde ich es ja niemals reinnehmen, weil ich den Planeten nicht mag. Ach, ich mag den auch nicht. So. Aber ganz ehrlich, ne? Dieses Knuddelhof, ne? Ich wechsle meinen Pokémon aus. Gesang. Ja, sag ich doch. Nerviger Trainer. Aussetzer. Auch gut. Dann zurück nach Fuchsania City. Mal ein Pokémon mit Dings holen. Mit Regen. Ich glaube, die hatte ich schon, ne? Ah, ich hab das Item vergessen. Nein. Wieder zurück. Ich wollte gerade sagen, das ist doch ein Item oben, ne? Da oben sind aber auch noch Trainer, wenn ich mich nicht irre. Wie gut, dass ich da ja eine Trainerin, glaube ich. Wie gut, dass ich das Fahrrad auf die Box, auf den Computer gelegt habe. Ach. Warten wir jetzt, will ich eine Theorie testen, die ich gestern auch in dem Video gesehen habe. Und jetzt geht's aber los. So, der Zerschneiderbomb. Erstmal zerschneiden soll er. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Zurück. Ah, tatsächlich. Was denn? Wenn du den Baum zerschnitten hast, stell dich auf die Stelle des Baumes, geh fünf Schritte nach links und geh nach zurück wieder in Richtung Baum. Ja. Du kommst nicht wieder, du kommst nicht durch. Was ist das für eine Logik? Ja, guck mal hin. Mach das einfach gleich mal. Also, dann ist da zwar nichts im Weg, aber der Weg ist versperrt. Richtig. Ja, wahrscheinlich bei der Baum schon resetet ist, aber noch nicht angezeigt wird. Hatte ich gestern auch in dem Video gesehen. Warte, ich wusste dich heute mal testen. Wo wir gerade hier sind, ne? Ich will das nachher auch in der Azurias City Arena mal nachher testen. Da hieß es nämlich, man kann bei der Pokémon-Statue, also bei der Arena-Statue, kann man angeln. Mhm. Aber auch nur da, oder wie? Keine Ahnung. Der Rest habe ich noch nicht. Also, jetzt nur gezeigt dort. Okay. Fand ich echt amüsant. Alter, ey. Alter, Pipi ist 33? Was ist das denn hier? Meine Pokémon leiden gerade alle an Statuseffekten. Paralyse, Schlaf. Ich glaube, ich sollte jetzt mal ein paar Hyperheiler reinschmeißen. Das erinnert mich so an meine Vollrot-Folge auf der Route 11. Vergiftung und dort und dort. Oh, TM-40. Was bist du denn? Ich wollte gerade fragen, was hast du denn da Feines gefunden? Kon-Fu-Stra. Das ist doch eigentlich gar nicht so schlecht. Ich kann verwirren. Ich bringe das mal Loki bei, damit er ein bisschen mehr Möglichkeiten hat. Ja, das nicht, aber sein Spezialangriff ist so nicht vorhanden. Oh, da ist auch noch ein Trainer, den habe ich übersehen. Dann holen sich die Gegner wenigstens selber. Also, ich glaube, ich habe da, habe ich nicht oben bei dem Feld noch die Rockhalle stehen lassen? Oder hatte ich die besiegt? Nee, ich glaube, die hatte ich besiegt. Ich hatte nur hier unten, bin ich allem ausgewichen. Gibt es hier oben auch noch was? Mal gucken. Ich fliege dann gleich direkt nach Prismania City zurück, ne? Oh, hier oben steht ein... Hallo, er sucht dich an mich. Ich bin Professor Eiske Hilfe. Also, das sind 50 verschiedene Pokémon. Ja, habe ich 50 verschiedene Pokémon? Nein. Ich glaube nicht. Vielleicht haben wir die zusammen, aber... Aber du hast erst 33 verschiedene. Boah, das ist gar nicht so wenig, ne? Ich könnte mir den Detektor holen. Hoffentlich ist es aber interessanter, das ist der IP-Teiler. Boah. Obwohl der jetzt auch hier nicht so viel bringt. Nö. Das trainieren ist ja so ein Kram. Okay, dann gehe ich jetzt erst in den Encounter fangen und dann gehe ich zurück. Richtig. Ich muss mir jetzt erst mal Carlo holen. Cisneil, Zerschneider. Welches Pokémon nimmst du dafür raus? Ich glaube, ich werde dann wohl Loki rausnehmen, weil du ja Celeste rausgenommen hast. Ähm, Moment. Jetzt muss ich mich hier kurz orientieren. Ja. Ja, ist sinnvoll dann auch. So, erst mal heil. So, mein... Warte mal, ich sollte... Packe ich nach vorne? Keine Ahnung, ich habe kein Pokémon mehr zum Schwächen. Und mein Encounter ist... Wer ist der Seelenverwandte von Stern, du? Ähm... Ja, okay. Na, was hast du? Äh, Goldini. Goldini, Goldini, Goldini. Ich habe Schlimmeres. Ja. Wer hat nicht gerne ein Porno-Pokémon dabei? Äh, so. Da, 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 da. Carlo. Ich habe dir gesagt, dass ich Meisterball gefunden habe. Naja, ne? Bisher gab es doch keinen Grund, wo ich den benutzen müsste. Ja. Also kommt jetzt irgendwann mal ein spezieller... So, ein Spitznamen. Für Goldini. Äh. Gina. Das ist so klar. Zack, zack. Du kannst doch nicht Nachnamen dazu nehmen. Nö. Ein bisschen Allgemeinbildung für die Zuschauerschaft. Alles gut. Ich äußere... Du, wir sind hier in der Jugendfreien... Im Jugendfreien Bereich. Wir... Ich äußere mich nicht weiter dazu. So. Äh, Dings war das, ne? Hier. Angeln in Prispania. Setzt Superangel ein. Und? Du hast recht, das funktioniert wirklich nicht. Das ist echt der Hammer. Ja. Fand ich... Jetzt habe ich auf die Dach, die... Und danach kann... So. Ähm... Ihr beißt nichts an. Oh. Ach, Quatsch. Sil, äh, Ryo, du gehst mal nach vorne. Oh, er hat etwas angebissen. Wo bist du denn gerade? Prismania. Oh, geil. Das würde ich sogar mit reinnehmen. Was denn? Oh, nix. Ja, ja, gut. Also, wenn du einen guten Partner findest oder so, würde ich irgendwann mal sagen, irgendwas raus. Hallo, Pipi. Das ist Pipi? Nee, das ist Trainerin oben. Ja, 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 ich weiß. Ja, ja, ich weiß. Ich wollte gerade sagen. Krieg ja was Gutes in Prismania. Ich würde das ohnex mit reinnehmen. Boah. Du hast ja immer Ansprüche. Du weißt doch, bisher haben wir immer Kombinationen, die irgendwie, sagen wir mal, nicht so der Knaller waren. Dafür würde ich Jerry dann rausnehmen. Ja, 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 gut. Das wäre ja, ähm, Jerry und Pandora. Ich gucke gleich mal, was ich da fange, ne? Ja. Oh, nix. Wie nennen wir dich denn? Vielleicht kriegst du ja deinen Glurak dann oder einen Glutexo. Als ob. Ähm, ein Onyx, wie nennen wir dich denn? Wird einen schönen Namen. Das ist ein Onyx. Ich liebe Onyx. So, Onyx, Felsnatter. Die Steinglieder dieses Pokémon werden mit der Zeit hart wie Diamanten und färben sich schwarz. Ja. Ich habe leider nichts Vernünftiges in der TM gehabt. Ich hatte Dunkelnebel. Das ist jetzt echt schwer. Du spielst doch derzeit Wehovee mit einem Zwerg. Hast du da nicht irgendeinen Namen? Ich habe mal kennengelernt. Ne Magni. Magni, Bronzebart. Wo du mich gerade darauf bringst. Der Diamantenkönig. So. So, brauche ich Cisne jetzt nochmal erst in der kurzen Zeit? Ja, ich brauche Cisne nochmal, wenn wir in die Safari-Zone gehen. Wenn wir Onyx, wenn ich Onyx hier nicht nehmen kann, hoffe ich einfach in Gold und Silber. Let's Play darauf. Ja, dann kann ich es sogar zum Stahl ausmachen. So, super Angel. Ich bin ja so, so, so ein Stahl-Heini. Auf. Bitte. Geben das sein. Ich bin ein Feuer-Pokémon-Fan. Ja, wir können ja nochmal eine... Wenn Feuer-Pokémon nicht... Wenn es ein bisschen mehr Typenvielfalt bei Feuer-Pokémon geben würde, könnte man auch eine... Dupes. Äh, könnte man das halt auch anders gestalten, weißt du? Mhm. Was hast du denn? Anton. Anton. Ähm... So, Azurias City. Dann könnte man auch mal so einen Monolog auf Feuer machen. Aber so ist das eher... Sagen wir mal, ist es eher schwierig. Wir machen eine Solink-Arena-Leiter-Channel. Genau. So, ich angele jetzt in der Statue. In der Statue? Ja, an der Statue hier so. Zack. Tatsächlich, es funktioniert. Aber es hat nichts angebissen. Geht das in einer anderen Statue auch? Ja, geht auch in einer anderen Statue. Jetzt... Jetzt war er nicht. Was denn? Es ist wieder Dupes. Ah. Wieder Anton. Es ist aber... Nee, Georock diesmal. Was soll ich fangen, wenn du willst? Ja, nee. Oh! Ich habe eigentlich die Hoffnung auf was anderes, weißt du? Mhm. Aber wenn jetzt wieder ein Dings kommt, nur Anton... Ist Pech, da muss ich Anton nehmen. Ich habe jetzt Owei. Okay. In der Arena gefangen. Du hast mich mit Staccato bespuckt. Ja, schade ist Anton geworden. Ich hätte hier auch noch auf was anderes. Bum, bum. Oh. Bum. Hallo. Was denn? Hörst du mal auf jetzt hier? Voll das Werteling-Owei hier. Ach so. Hallo. Ich schmalte es einfach mal super, weil das ist mir zu doof. Hier. Ähm, so. Natürlich. Ich schätze raus. Oh. Donnerwelle erstmal gegen das Anton. Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das fange ein bisschen höher. Also ihr kriegt ja volle Encounter-Folge diesmal. Ähm. Item. Hyperball. Oh, Alter. Ich kann es nicht schwächen. Ich kann es auch nicht jetzt. Ich kann es auch in Egel besagen. Gut, dass du das gerade erwähnst. Ich kann es mal entschwächen. Ja. Mhm. Ich hab ja Sisney. Kann ich es ein bisschen schwächen. Vielleicht nicht viel, aber ein bisschen. Ja, kann ich ja mit Carlo auch gleich mal versuchen. Ich habe Carlo noch dabei. Weil Sisney ist ja nur Level 13. Das geht ja. Hörst du aufhören Hypnose zu spammen? Ne. Ne, ihr Gesamt funktioniert nicht. Funktioniert nicht gegen Pflanzen-Pokémon. Jetzt muss ich mal eben wechseln. Wie sonst, äh, ist Sisney gleich Geschichte. Was denn? Ist doch wahr. Ach, Kraftwerk kann man ja auch noch aufhören. Wir brauchen ja erst Surfer. Hallo, kann doch noch Schlaf, Bruder. Spitzname für den Anton. Ein Anton. Nenn es... Cell. Cell? X-E-L-L. Ach so, das Cell aus, äh, wieder ein Milzer. Was? Nein. Es war zwei. Ach so, ja. So, Owei. Owei-Ei. Owei-Ei, genau. Dieses Pokémon werden oft für Eier gehalten. Bei Gefahr bilden sie Rudel, die attackieren. So. Cell? Ja. Nicht, ähm, äh, aber, ähm, 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 Owei. Owei, ja. Brauchen wir einen schönen Namen. Mhm. Da, da, da. Ein Owei, ne? Das ist echt, das ist, äh, Owei. Wie heißt nochmal die Grimm-Totem-Chefin? Die Grimm-Totem? Oh Gott. Ja, pff. Keine Ahnung. Irgendwas mit... Irgendwas mit M. Aber keine Ahnung. Passt Traum-Sense rein? Traum-Sense? Ja. Mal gucken. Wenn ich das richtig im Kopf hab, ist das ein, äh, Drachenboss aus, äh, dem Tempel der Dingsbums da im... Dem Sumpf da. Ach, wie heißt der Sumpf nochmal? Gegenüber... Über den verwüsteten Landen. Ja, gerade mal. Komplett voll. Ja, passt doch. Äh, hab ich doch gut im Kopf gehabt. Hast du jetzt Traum-Sense? Gut. So. So, dann fliege ich jetzt mal eben nach, ähm, Azurian. Richtig. Musst du gucken, ob es im normalen Wasser auch geht, aber ich hab jetzt an den Statuen gefischt. Wo muss ich mich... Wie muss ich mich da hinstellen? Ja, einfach rechts oder links neben die Statuen. Okay. Egal welche. Richtig. So, jetzt fliege ich nach Fuchsainer zurück, dann kann ich Carlo wieder raustun. Weil ich mein, das geht hier in der ganzen Arena dann sogar, aber das... Und ich hab was. Und, und, und? Okay. Hm? Porenta. Jetzt hast du's ja doch mal. Ja, nur jetzt bringt mir das nix mehr. Ich hätte mal gern mal ein Feuer-Pokémon, bin ich ganz offen und ehrlich. Ähm, ich hab, gut, ich hab jetzt Flamara, aber prinzipiell hätt ich auch gern Feuer-Pokémon, weil Flamara hat für mich jetzt grad kein Feuer-Pokémon, so von den Attacken her, die es kann. Welche? Sonst hab ich demnächst ein Problem nämlich gegen, wenn wir in der Top-4 sind gegen diese eine da. Wie hieß sie denn nochmal? Die mit den Eis-Pokémon. Lola, ja gut, aber die hat ja fast nur Wasser. Das ist ja eher Wasser als Eis, das sie da hat. Selbst dagegen hab ich nur Blümchen, aber das ist schwach gegen Eisattacken. Ja, ja, da musst du ein Elektro-Pokémon haben eher. So, ich leg jetzt mal ein paar Items jetzt ab. Kann ich gar nicht, weil alles, was ich hier habe, brauch ich. Oh. Obwohl, ich mach mal den Top-Ethanus, Top-Elex hier. Ja, ich glaub, das ist mit dem Encounter, wird's hier wohl nix, ne? Wieso? Weil das Porenta nicht möchte. Stimmt. So, deswegen. Ich wechsle jetzt erstmal die... Obwohl es das fünfmal mit Furienschlag trifft. Naja, viermal. Ich wechsle jetzt erstmal die Box. Naja, ich werfe jetzt meine Poké-Bälle alle auf. Rauche ich jetzt auf und dann passt's satt. Ich werfe Poké-Bälle auf, das Ding. Ja, entweder bleibt so ein Poké-Ball drin oder nicht. So. Was wollen wir denn zuerst machen? Die, 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 die... Die, die... Sag schon. Die Fahrradroute oder... Also, wir müssen auf jeden Fall noch trainieren, bevor wir gegen Koga und Sabrina kämpfen. Das steht fest. Weil beide sind, glaub ich, vom Level bei 42 von ihrem... Warum mach ich mit den Kirrel? Ich kann auch hier ein Pokémon noch fangen. Wo denn? Links neben Fuxania City. Genau, da können wir auch noch eins fangen. Da sind auch noch Trainer. Ja, da hatte ich eher an Radweg gedacht. Radweg dürfen wir aber nicht mehr. Das war, ähm, die... Ach nee. Das ist halt über... Was denn? Ich wollte nicht in den Reihen laufen. Und da unten sind noch Trainer. Aber nach dem... Also, wenn ich Porenta gefangen hab, können wir die Folge beenden. Ja, ich muss jetzt noch den Vogelfänger hier platt hauen. Also, du kannst dich nur um Stunden handeln, Leute. Alter, Level 29 Habitat. Geh mal weg. Ich kann mit Blümchen natürlich mal wieder nichts machen. Ach ja. Ja, da unten sind nur Vogelfänger. Nur solches Tipp, ne? Alter, so kein Burschnabel. Das war knapp. Ja, die... Oh. Oh. Oh, Porenta ist drin geblieben. Hey. Na dann. Wildente. Dieses Pokémon nutzt den Zweig einer Zwiebel als Waffe. Es setzt ihn wie ein Schwert ein. Äh... Ja. Welchen Namen? Cloud. Wie die Wolke. H-C-L-O-U-D. Genau. Okay. Zack. Das war ja Blümchen schon wieder nicht. Blümchen fällt so langsam hinten runter. Tja. Gut. Dann flieg ich jetzt runter nach Fuchsanien. Night City, damit wir unten den einen Teil da machen können. Ich bewege mich nicht. Was? Ich bewege mich nicht. Bist du, äh, aus dem Kampf raus? Ja, entweder stehe ich hier gerade vorm Gras, wo ein Pokémon kommen könnte, oder ich würde in den Trainer reinlaufen. Deswegen bewege ich mich nicht. Hahaha. Ja, ich stelle mich jetzt vor das Pokémon Center. Dass ich dann auch noch austauschen kann, dass ich Celeste wieder mitnehme. Das nehme ich auch noch eben mit. Wovon das mache ich auf Screen. Genau. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Pokémon Rot und Blau Soling Challenge. Ciao, ciao. Viel Spaß. Falls euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Und der Abo da freut sich auch über eure Zärtlichkeiten. Bin nochmal da. Ciao. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020